Herzlich willkommen! Heute haben wir etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Sichern Sie sich noch heute diese Edelstahlgebäckpresse und Garnierspritze. Backen Sie jetzt spielend einfach kreatives Gebäck, zum Beispiel für Weihnachten oder als Beilage für Ihre Kaffeetafel. Mit acht verschiedenen Schablonen bringen Sie den Teig schnell und im Handumdrehen in perfekte Formen. Dank der acht Edelstahl-Spritztüllen in verschiedenen Formen und Größen verzehren Sie Kuchen, Torten und Biskuitrollen ganz raffiniert. Ideal für süße Cremes, Sahne, Zuckerguss und andere garnierfähige Zutaten. Auch Deftiges gelingt Ihnen mit einer Hand. Geben Sie kalten Häppchen und ganzen Platten, zum Beispiel mit Senf, Mayonnaise, Remoulade und sauren Cremes den letzten Schliff. Oder backen Sie perfekte Herzogin-Kartoffeln. Alle Teile sind spülmaschinenfest und somit ohne Mühe bereit für Ihre nächsten attraktiven Küchenkreationen. Diesen und viele weitere spannende Artikel finden Sie auch bei Pearl TV. Sie empfangen uns über Satellit, in vielen deutschen Kabelnetzen und im Internet unter www.pearl.tv. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann klicken Sie doch jetzt hier unten auf Abonnieren.